moin meine herz allerliebsten freunde aus den kommunen von dörfchen und sowas mal wieder ja ich hab mal wieder was mit euch zu besprechen beziehungsweise meine ansage zu machen ihr könnt euch gar nicht vorstellen warum echt nicht schaut mal hier ich zeig's euch mal richtig ich meine nämlich genau die ortschaften aber auch die bürger die in solchen dörfchen leben wo eine freiwillige feuerwehr vorhanden ist beziehungsweise vorhanden sein sollte und das aber nicht der fall ist weil nämlich keine sau in die feuerwehr geht weil ich keine mitglieder mehr haben man und der nachwuchs stehen bleibt weil keine sau da ist aber könnt ihr das nicht mal irgendwie fördern oder was wieder kein geld da muss man irgendwas anderes wieder machen irgendwelche gartenzäune irgendwie aus plastik oder aus irgendeinem seltenen metall aus dubai wo denn so ein meter gartenzau 10.000 euro kostet das ist auch ganz wichtig aber die feuerwehr mal zu unterstützen dass seinem nachwuchs was passiert nein um gottes willen wieso das denn und liebe leute die aufs dorf ziehen damit sie ihre ruhe haben nicht wie in der großen stadt ne warum geht ihr denn nicht zur feuerwehr stellt euch mal vor eure hütte brennt und keine sau kommt ja was dann dann ist das geschrei wieder groß aber bloß nicht selber zur feuerwehr gehen das kann gesellig sein da das setzt man sich abends dahin kann man mit anderen dörfern da sitzen und bierchen oder eine cola trinken oder sowas auf dienstabend bestüben ja das kann interessant sein ehrlich aber warum auch bloß nicht zur feuerwehr so ne scheiße gibt ja kein geld scheiß aufs ehrenamt interessiert ja keine sau da kriegst du einen blutdruck da seht zu dass ihr euch die blaue röcke anzieht da ab in die remise und dann geht er los das ist überhaupt nicht schlimm mann echt seht mal zu dass ihr zur feuerwehr kommt damit ihr auch mal ein bisschen was wirklich seid hier richtige helden und dann seid ihr wirklich mal leuchten auf der kerze katsch gar nicht leuchten auf der kerze haha guck mal hört sich schon richtig gut an das seid ihr leuchtende kerzen auf der torte da doch hier krieg dein zungenbrecher hab ich so ne scheiße da mann mann da hält doch keine sau im kopf mehr aus da